willkommen zu einer weiteren folge von shot of light nun wir haben letztens jahr noch bisschen hier unsere gen kennt gelernt und noch ein paar andere geheimnisse von unseren kollegen aber jetzt immer weiter und sehen hier unser kleiner freund ist da jemand ich nike los hilf mir du kennst meinen namen ich kenne dich nicht du nicht die beides sind elementare aus der himmlischen ebene entspricht unser licht an einer ebene erinnere ich mich nicht du bist noch jung gerade erst geborgen geborgen geboren helle lichter wie du vergessen schnell nun zurück zum ewigen während dem morgen er ist großartig und noch heller als hell lichter tanzen dorthin wahnsinnig schnell und noch mehr glüge überleben durch tausend brüder und schwestern bevölkern diesen ort ich vermisse ihn sehr ein piscanischer zauberer rief mich hierher doch hat ein unhalt ihn fortgetragen der könig in der nacht konnte ich entrinnen bin jedoch zu schwach den sprung heim zu wagen ich denke los ich brauche deine hilfe kannst du mich hören wir müssen unsere kraft mündeln mehr elementare beschwören sie haben sich erhoben wo meine glieder sind müde und schwer sie höre mich nicht die inventare sind verstreut eure führung bedürfen sie sehr verloren lichter holt sie alle her ich schwöre je zwei in der ebene im wald auf dem meer funken du und schwören schreiner in kraft befreit mich aus dieser welt hier und wenn sie auch helfen wir bringen sie zurück was für euch dir heißt das wir müssen jetzt ganz zurück heisst das ist jetzt echt wir müssen die anderen wieder gesagt zwei ouch oh es ist denn hier haben wir genug? ja gut was haben wir hier ich glaube ich muss den blitzschlag einsetzen und die machen wir einfach ständig auf alle treffe ich auf jeden fall jemanden genau da wird man sagen wir gehen mit verteidigung muss damit kraft okay eigentlich muss und wird stark und vergeser noch dieses fischwesen da okay sondern wird schlagen neun schaden hat gereicht okay so ungeschlüpft das machen hey da kleine dame bleibt zurück lass mich in ruhe bist ein clown nein nein ich bin ein ich beobachte ich keine witz sonst schlage ich zu ihr habt anscheinend eine clown phobie anders kann ich mir das gerade nicht erklären elektrisierend hier dieser kratzer pfadest licht soll sonst nichts ging zum pflaster sonne sie nicht so auf uns nein de 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 meine fresse das ist ja ich viele kristalle wenn ich und also würden wir hier jetzt auf der erde so was finden könnte mir klar ich werde ein reicher typ ok kann ich heute mit kämpfen wir haben immer noch nicht hier ach verdammt ich hole ihn hier das anderes kümmert gerade nicht machen doch erstmal alle zurück weil es in voll resistenz ist aber egal der erste mit kraft jetzt greifen wir erst damit auch kraft bitte sammeln du auch kraft gott robert du bist dran das nehmen wir mal weintern fallregen aber immer fallregen dann schlag auf alle hoho nicht schlecht und die gründung aufhalten wasser ist verdammt das hat mit wasser gesegnet rubella du bist ein schneller angreifer zack rubella ist einfach nicht tja der hat die elektrischen schläger stimmt feenektar nein nein also also will ich mich eigentlich noch nicht vordringen ich möchte eigentlich gerne die mission machen weil da schnell uns aber noch vorher das noch nehmen das ist geschliffene ruby dreimal zack zack ouch zack muss man sagen so aber noch die fähigkeiten nur warten hier können wir aber ähm ich will erstmal auf die pilze gehen ja ja wuhoooo der erste bomb ist halt ich die müssen auch noch warten ja die sind auch mit zweier gute müssen wir bisschen warten ähm okulu herstellen können wir auch was herstellen tipp noch ein tipp nein das ist einfach nur das was wir eigentlich kennen ja ich würde aber sagen wir stellen hier die größeren her damit das dann erstmal so hinter uns das bringt ein diamant ja und jemanden können auch gebrauchen spinne zack das 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 sind die grund dinge also das und das citrine mindig mit grünen citrine dann so zack das und das und das ist das und das und das und das genau da kriegen wir nix war da nicht noch eine stufe war nochmal ein diamanten ich bin schon grad arm dass da nix mehr geht und dass da nix mehr geht war einfach ist ja noch da also weil es jetzt ok ja schade das hat er gesagt zwei ebene einer wald und ein ding wird sagen schon auf einem in dem wald als erstes nach wo soll er hier sein jetzt eine gesucherei werden können wir mal in die mission mehrere nach mehr wenn wir das angenommen erleuchtet und folge zimpel hinweisen in allen ecken um einen goldschutz zu entdecken das mit rubella aus wobei der nuss ist aber so ok ich finde sechs leuchtende glömert die um schreine in wald eben noch mehr irren schreine meiner so ein schreien hier das ist ja mehr ein altar als ein schreien wow was noch mal ein gegner man dürfte ja keine besonders stark sein ja da ist ja nichts das sind ja noch die anfangs monster ich finde ich ein bisschen schade ich könnte eigentlich immer anpassen an der stärke ja ja das speichern kann das was bedeuten ja denn da ist ja was hier ja wo ist der er sagte 6 mein gott wo sollen die sein habt ihr eine ahnung wenn du es wirst du siehst dann schreibt ruhig die kommentare leuchtet so komisch ist da jemand oh kommt immer näher wie gehts gut ein erlöschender elementar rief mich hierher los flieg zur küsse von simpel mehr beim elementar warten wir euch mit unseren nicht da mehr noch fünf nicht weniger nicht mehr diese altare stimmt wo waren die nein ich kann mich so schlecht erinnern wo waren die alle da rein das scheint zusammengefallen zu sein wo waren die anderen ich bin nicht ich glaube ich kann uns geschaufe tauschen mein herr ihr braucht doch eine schauwelt nicht dank für die mühe hier nimmt das licht ich brauche etnik und habt euch gerne zum jorden reichen gerne ich glaube ich weiß wo ihn denken dass diese eine maus in dieser höhle wissen eine kiste gefunden ja noch eine kiste eine kiste kommt ja von mal her so wir können noch mal starten windräder reich nun erst mal ganz schnell oder erreichen wir dahin dann fliegen wir halt so rum zum typ hüpf 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 so aber ja das nehmen wir noch mit so aber wie es weitergeht das wird der erste in den nächsten folgern haben und wenn es euch gefallen hat dann schaltet man mich mit ein bis dahin tschüss 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 Vielen Dank.